Okay, let's go. So, es geht los hier. NTL gegen NTL. Einmal NTL, Cubra gegen Scruti. Und das ist jetzt allerdings nicht Loser's Round 3, oder? Das ist Loser's Quarter Final. Oh, und hier sehen wir direkt eine schöne Combo von Scruti. So, jetzt bin ich da. Hallo, ich bin hier mit Endpunkt und wir kommentieren... Ich bin Endpunkt. ...dieses spannende Game, was gerade... Oh, schöner Cross Slash von Cubra. Aber noch liegt Scruti hier vorne. Achso, da hinten muss ich vorne. Nein. Hier ist besser. Hier läuft schon. Oh, und... Scruti liegt doch schon zurück. Okay. Crazy. Crazy. Oh, schön, fair. Catch dich aber nicht mit der abgelandet. Der... Backthrow. Schöner Erdrich von Lennart. Cobra meine ich. Oh, und da ist er im richtigen Moment aufgestanden. Geddy ist aggressiv, will ihn killen. Oh, schöne Wecker. Und das kann es gewesen sein. Nein. Aber was war es mit dem Limit? Uptrow. Kein Erdorf Street. Ja, das ist Erdorf Street. Ja. Schöner Wecker. Oh, war er neben noch. Ich glaube aber das war es. Ne, überhaupt nicht. Achso, Cam. Ne, ist so. Gib mir einen Bugfight! So. Ja, Puppa hat gerade ein paar Bugfight verteilt. Aber das ist spannend. Spannend ist das. Even. Oh. Ja, ist natürlich scary auch für Cloud, wenn er offstage ist und da gejuggelt wird. Ge-Edged, Guarded. Und schief. Leonard hat Limit. Leonard hat mit Limit jetzt. Frost Left, kann es schon sein oder was? Funch Left. Wow. Oh. Oh, die Back Air. Die kommt ja on stage. Landen. Limit Waste. Wir können näher. Oh, und er wartet. Fickt ihn aber nicht. Den Reed. Oh, das ist richtig knapp hier jetzt. Und der Double Bouncing. Oh. Oh. Ja, war natürlich schön. Da ist er extra gegen die Wand. Und das Teilen, der Erdorch war da. Knappe Kiste, würde ich mal sagen. Würde ich mal sagen. Das ist ein spannendes Set hier bestimmt, wenn ich nicht einschlafen würde. So. So. Das heißt 1-0 für. Aber das merkt mich voll, dass das zu leise ist. Captain Security. Gar nicht mal hier zu gucken. Soll ich noch mal rücken? Geht schon. Oh. Das ist die Kommentare. Ich weiß, du hast schon eine Frage gemacht. Das war auch nicht das gute Team. Hallo. Glückwunsch. Der ist jetzt okay? das ist der stein den stein wird von holz kohlen ich habe verloren gegen Jeezy ich will nicht mehr spielen ich habe verloren gegen Jeezy 3-2 3-2 3-2 wie sieht man stehen ich will nicht mehr gewinnen ja wo hier mal zu das müsste sein dass der Schirm entschieden ist oh mein Gott warum hat der nicht getroffen? ein Fisch oh mein Gott gut die Eid auf jeden Fall Millie spielt Millie oder was? besser nach dem Set spielen Millie ist heftig oder? mit Captain Falcon mit Captain Falcon er macht Abbie macht Down mit Captain Falcon es ist unter der Schlamm er hat auch nur 10% gleich im Degel Deine Uptails besitzen. Aber schuldigung. Oh, dicker Fuß ins Gesicht dafür. Deine Attacken sehen alle so brutal aus. Die sind doch alle so bescheuert. Oh, und der Footstool. Oh, und der Reed. Das war super. Sieht die Cloud, das ist völlig als neuschen hier. Bei so ner Action. Auf die Gebäck gehen. Anschubieren. Fetter Dreh-Kick. Ab zu den Zuriukun. Oh, leider freut sich. Das schmeckt gut, das schmeckt. Das freut sich richtig, das ist unglaublich. So viel, aber ich hab noch nie in die Länder gesucht. Was? Erfekte Grammatik. Ja, ich weiß, meine Grammatik war richtig. Ja, und heftige Grammatik. Auch heftiges Gedächtnis. Wie? Fuss schnell. Fuss schnell. Ouh, der Bouncing-Bisch. Ouh. Oh, da kriegt er einen Fuß für. Das war's. Ich bin weggeschickt. Diese Kombo-Versuche. Das ist ein Grab. Oh, das ist der Ball auf hier. Kingsquart, die hauert Momentum. Oh, der Trump. Der Trump würde die Daaaaaaown B. Der Kayak.